Die verstorbene fußballlegende Franz Beckenbauer soll vor der Münchner Allianz Arena mit einer Statue geehrt werden. Nach dem Tod von Franz Beckenbauer, 1945 bis 2024, zu Beginn des Jahres soll die fußballlegende in München mit einer Statue geehrt werden. Das gab die Kurt-Landauer-Stiftung, die nach dem ehemaligen Präsidenten des FC Bayern benannt ist, am 21. April bekannt. Die Statue von Kaiser Franz soll direkt neben der erst kürzlich errichteten von Gerd Müller, 1945 bis 2021, auf der Esplanade vor der Allianz Arena ihren Platz finden. Beckenbauer-Statue soll Kaiser in 1,5-facher Lebensgröße zeigen. Auf einem Sockel in Form der bayerischen Raute soll der Kaiser in 1,5-facher Lebensgröße in Bronze erstrahlen, und das natürlich in seiner unvergleichlich eleganten Pose als Dirigent des Spiels, erklärt die Kurt-Landauer-Stiftung auf ihrer Webseite. Im gleichen Atemzug wird zu Spenden für das Projekt aufgerufen. Sowohl der FC Bayern München als auch die Familie des Verstorbenen würden das Vorhaben unterstützen. Hinter der bereits erwähnten Statue von Gerd Müller steckt ebenfalls die Kurt-Landauer-Stiftung. Das Denkmal auf der Esplanade vor dem Bayern-Stadion zeigt einen im Sommer 2021 verstorbenen Bombe der Nation ebenfalls in anderthalbfacher Lebensgröße. Es war im September letzten Jahres enthüllt worden. Beckenbauers Statue könnte nach Angaben der Stiftung bereits in anderthalb Jahren daneben errichtet sein.